Ich beginne mal mit einem Zitat, was euch dann zeigen wird, worauf ich hinaus möchte. Aufpassen. Egal welche politische Partei, egal wie hoch oder niedrig, bei einer Wahl verloren hat, die wichtigste Wahl, die jeden Tag getroffen wird, ist die Wahl, die der Konsument an der Kasse trifft. Denn politische Macht hin oder her, bezahlt und entschieden, wird immer noch mit Geld. Ja, ich weiß, schwierig. Das müsste ich jetzt erklären. Mach ich aber nicht. Wenn du das nicht verstanden hast, dann ist das erstens nicht schlimm und zweitens zeigt es einfach nur, was man bedienen muss, um auf YouTube erfolgreich zu sein. Nein, nicht die Kasse, sondern die, die fleißig einkaufen und somit eine Wahl treffen. Und wie sie diese Wahl treffen, ist ähnlich wie manche auch wählen gehen, im politischen Sinne, nämlich nach Informationsstand. Und wie gut und detailliert jemand informiert ist, das könnte abhängig sein von dem, was du für Videos produzierst. Die, die richtig informative, allumfassende und von allen Seiten erklärende und erläuternde Videos abliefern, egal jetzt ob im politischen, sozialen, wirtschaftlichen oder religiösen Bereich, vielleicht auch noch im Bereich Computer, Grafik, Post-Production und so weiter, die haben ein Problem. Ähnlich wie das kleine Zitat, was ich eben gebracht habe, versteht es die Masse nicht und deswegen guckt sich das die Masse auch nicht an. Weil die Masse, ganz wichtig, doof ist. Und die Doofen in ihrer Anzahl, also in ihrer Masse, bringen eben täglich mehr Geld an der Kasse vorbei und dann auch in die Kasse, als es die, die nicht doof sind, jemals tun könnten. Möchtest du also jemanden, der nicht doof ist, mit deinen Videos erstens überraschen, dann auch noch fesseln und zweitens dann auch noch mit Informationen versorgen, die er bis jetzt noch nicht hatte, müsstest du dir richtig Mühe geben. Und jetzt mal ehrlich, dazu bist du doch gar nicht in der Lage, oder? Und selbst wenn du dazu in der Lage wärst, dann würdest du ja anhand der YouTuber, die unter den Top 100 sind, ja sehen, dass diese Wissensvermittlung auf hohem Niveau mit richtig viel Inhalt überhaupt keinen Erfolg hat auf YouTube. Also machst du lieber das, was die anderen, die schon erfolgreich sind, eben auch machen. Du bedienst die Doofen. Verwechsel aber bitte nicht die Doofen mit den Nerds, denn ähnlich wie die Nicht-Doofen sind die Nerds voll mit Fachwissen. Also wenn du sowas machen willst, dann immer nur am Rande, nur an der Oberfläche. Aber ansonsten immer nur die Doofen bedienen. So, so einfach ist das. Deinem Erfolg, wenn du das berücksichtigst, dürfte nichts mehr im Weg stehen. Ob das einen Nachteil hat, könnte der ein oder andere jetzt noch fragen. Ja, die Nachteile sind schon nicht zu unterschätzen. Du müsstest dich zum Beispiel mit dem Scheiß beschäftigen, den die Doofen gerade aktuell toll finden. Und du müsstest dich natürlich auch mit den Doofen beschäftigen, aber das ist nun mal so. Du könntest dabei selber doof werden und wenn du eine Seele hast, ha ha ha, oder eine moralische Grundeinstellung, dann könntest du die unter Umständen, aber das gehört ja zum Erfolg dazu, natürlich an gewisse Firmen verkaufen, um deren Geld zu bekommen. Darum geht es ja beim Erfolgreichsein. Das Persönlich Vorankommen darf sich also, gemessen daran, nicht darauf beziehen, dass du vielleicht immer mehr Fachwissen sammelst. Vielleicht Dokumentationen und Co. guckst, dafür wirst du kaum noch Zeit haben und sowas ähnliches willst du ja auch überhaupt nicht thematisieren oder produzieren. Erstens, weil du dafür überhaupt nicht in der Lage bist und wenn du dafür in der Lage bist, dann wägst du immer noch ab, ob das dann genug Zuschauer, also die Doofen erreicht oder eben nicht erreicht. Wenn du damit leben kannst, ist das genau das Richtige für dich. Wenn es so einfach wäre, könnte der ein oder andere jetzt einwerfen, könnten das ja ganz viele machen. Ich halte gegen und sage, ah, 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 ganz viele wollen eben nicht erstens doof sein und dann zweitens die Doofen bedienen, denn die Nachteile beim Bedienen der Doofen, eben der Umgang mit den Themen der Doofen und den Doofen selbst, das will kaum einer haben. Wenn Geld oder Erfolg, je nachdem wie du es ausdrücken möchtest, für dich aber die Grundlage einer Rechtfertigung zur Produktion von doofen, dummen Inhalten für die Doofen ist, dann sollte das aber wiederum kein Problem sein. Bitte frag mich nicht, ob das für mich eine Rechtfertigung wäre, dementsprechend nur noch dumm Laber und Scheiße abzuliefern. Nein, ich würde dir widersprechen und würde sagen, das ist es nicht. Aber wie eingangs mit dem Beispiel von der Kasse beschrieben, wird ja nun mal mit Geld bezahlt und eben nicht mit Fachwissen. Und dementsprechend gehe hin und verdiene Geld. Nur ganz wenige werden dich, wenn überhaupt mal in einem Interview fragen, ob denn das, was du produzierst, tatsächlich repräsentativ dafür steht, was die angeblich junge und digitale Zielgruppe ausmacht. Solltest du auf jemanden stoßen, der dir in einem Interview solch eine Frage stellt, dann weißt du ganz genau, scheiße, jetzt hast du es nicht mit jemanden aus deiner Riege, also den Doofbedienern zu tun, sondern tatsächlich mit jemanden aus, sagen wir mal den öffentlich-rechtlichen Medien oder vielleicht sogar mit jemanden, der noch schlauer ist. Ahaha, die Anspielung sei mir einfach mal erlaubt. In diesem Fall heißt es Vorsicht. Jetzt muss die Antwort natürlich passend sein. Du könntest so etwas sagen wie, können denn, jetzt nennst du die Anzahl deiner Abonnenten irren und am Ende soll es doch einfach nur Spaß machen. Du könntest dann natürlich noch auf die Selbstverantwortung deiner Abonnenten hinweisen und dass, wenn es vorwiegend Minderjährige sind, dann sind natürlich noch Eltern da, die natürlich aufpassen sollten, was ihre Kinder da so konsumieren. So umgehst du natürlich auch die kritischen Fragen, ob du als erwachsener Mensch, der Spiele online präsentiert, die definitiv ab 16 oder 18 sind, aber vorwiegend von 12 bis 17-Jährigen geguckt werden, denn überhaupt der Zielgruppe entsprechend sind. Und lass dich auf sowas bloß nicht ein. Das könnte nach hinten losgehen. Aber du wirst die höheren Spielregeln der Medien schon noch lernen. Und so wirst du dann auch wissen, dass bei Netzwerkkollegen, also innerhalb deines Netzwerks, wenn du denn in einem Netzwerk bist, vorher abgesprochen werden, ähnlich wie bei Interviews in den, sagen wir mal, etablierten Medien. Bei Live-Aufzeichnungen sagst du dann einfach sowas wie, ach, ist doch bloß das Internet. Internet kann man natürlich dann auch durch YouTube ersetzen. War noch was wichtig? Ach, ja. Natürlich darfst du deine Fans gerne als Klickvieh benutzen. Das heißt, sie dürfen ordentlich gemolken werden. Das heißt natürlich, sie sollen unter jedes Video, du sprichst sie natürlich direkt an, kommentieren, favorisieren und den ganzen Scheiß liken und den anderen Dreck. Und sie sollen natürlich auch deinen Scheiß kaufen. Was du nicht machen solltest, ist zum Beispiel einen deiner minderjährigen Fans ficken oder dich von ihm ficken lassen. Beziehungsweise dich irgendwie auf irgendwelche sexuellen Spielarten mit ihm oder ihr einlassen. Lordi und Co. erklären dir gerne, warum das äußerst ungünstig fürs Geschäft ist. Und damit wären wir auch schon beim wirtschaftlichen Teil. Vergiss solche Detailfragen wie zum Beispiel, ob denn der Preis für eine Werbung tatsächlich immer nach oben gehen kann, denn die Werbung soll über die geschaltet werden, wenn immer mehr Zuschauer, immer mehr angeblich erfolgreiche YouTuber in der gleichen Zeit schauen sollen. Verlass dich einfach auf die Pauschalaussagen von deinem Netzwerkberater, der dir sagt, dass die Anzahl der Zuschauer immer stetig steigen wird. Hinterfrag an dieser Stelle auf keinen Fall, wo die angeblich immer steigende Anzahl von Zuschauern angeblich auch immer mehr Zeit hernehmen sollen, weil der Tag ja immerhin nur 24 Stunden hat. Und bei der Anzahl von den Leuten, die dein Netzwerk immerhin täglich aufnimmt, ja 24 Stunden von einer Gruppe, die natürlich immer stetig steigt, überhaupt nicht ausreichen würden, damit gerade du und auch all die anderen auch mal unter die Top 100 kommen. Nein, 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 sowas bitte auch nie fragen. Das würde bloß verraten, dass du dich mit der Materie intensiv beschäftigt hast, was wiederum deinen Ansprechpartner in gewisse Schwulitäten bringen würde. Und dann kommt vielleicht am Ende raus, dass dieser Ansprechpartner vielleicht genauso wenig Ahnung hat wie du oder wahrscheinlich noch weniger. Verlass dich daher einfach immer darauf, was dir Netzwerke und Co. sagen. Solltest du das nämlich nicht tun, könnte dir Folgendes passieren. Du hinterfragst, ob das, was die Top 100 YouTuber abliefern, abseits von dem generierten Umsatz, vielleicht völliger Quatsch ist und du überhaupt keine Lust hast, auch solchen Quatsch zu produzieren und vielleicht die Dummen oder Doofen anzusprechen. Wenn dem so ist, könntest du dich nämlich irgendwann mal fragen, warum du dir überhaupt einen aktiven YouTube-Kanal zulegen solltest. Denn selbst deine Kommentare, die ja nicht doof sind unter den Videos von den Top 100 Leuten mit dem Verweis darauf, dass sie nur doofe Sachen machen, die gehen ja unter. Beziehungsweise sorgst du bloß dafür, dass noch mehr Doofe dann auf dich eingehen und der Traffic, na, ich hatte es vorhin erklärt. Solltest du also auf der Suche sein nach informativen Videos, brauchst du überhaupt keinen aktiven YouTube-Kanal, um diese Videos zu genießen. Das, was du dazu schreiben wollen würdest, wurde vielleicht schon irgendwo anders geschrieben und ändert an der Kernaussage des Videos, was du dort gesehen hast, überhaupt nichts. Sollte der YouTuber, der da ein Video produziert hat, was nicht in die Kategorie dumm passt, tatsächlich einen Fehler in seinem Video haben, was er im Prozess der Post-Production und des nochmals angucken nicht bemerkt hat und nur darauf aufmerksam wird, weil du ihm einen Kommentar schreibst, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Typ eben nicht schlau ist und somit auch in die Kategorie dumm einzuordnen ist. Gleiches gilt natürlich auch für die Leute, die nur aufgrund deines Kommentars überhaupt bemerkt haben, dass sie sich dort gerade Bullshit angeguckt haben. Denn jede Information abseits von irgendwelchen persönlichen Blablabla ist ja dank des Internets von ganz vielen Quellen abzurufen und gegenzuprüfen. Wer dazu nicht imstande ist, der ist eben auch, naja, doof. Wer jetzt anhand und aufgrund meines kleinen Dialogs und der vermittelten Einsichten mir die Frage stellen möchte, warum ich denn überhaupt Videos mache, die sich hauptsächlich mit dem Thema Doofheit beschäftigen, dem möchte ich digital einen Strauß Blumen zuwerfen. Denn wenn in der digitalen Welt, um beim Beispiel mit der Kasse vorhin zu bleiben, neben Bitcoins und fragwürdigen kostenpflichtigen Abos für schnelleren Zugriff auf gewisse Dateien eben mit Zeit bezahlt wird, dann bin ich nicht mehr bereit, mit meiner Zeit diesen Scheiß zu finanzieren. Zwar schützt mich Adblocker vor der geschalteten Werbung auf den Videos der Doofen oder für die Doofen, aber meine Zeit habe ich damit immer noch nicht zurück. Und somit ist der logische Schluss aus all dem, was ich gerade erzählt habe, außer man möchte auf YouTube erfolgreich sein, dass man sich diesen Scheiß einfach komplett entzieht. Um dann wieder Zeit zu haben, um all die tollen Beiträge, Dokus, Informationssendungen und Co., also all den Kram, der auf YouTube nicht erfolgreich ist, wieder in angemessener Zeit und Aufmerksamkeit widmen zu können. Denn wonach ich meine Wahl treffe, ob nun an der Kasse oder an der Urne, hängt ja direkt davon ab, wie gut ich vorab informiert worden bin, um aufgrund dieser Informationen meine Wahl zu treffen. Und das möchte ich auf keinen Fall mehr den Idioten oder Doofen überlassen. Ähnlich verhält es sich natürlich mit meiner Freizeit und dem, was ihr Entertainment nennt. Also halte ich es wie Peter lustig und schalte einfach ab. Und da geht es sich mit meiner Freizeit und dem, was ihr kleint. Und da geht's mich mit meiner wedding. Und da geht es sich mit ihr, was ihr es mehten, wie ihr es previous reddetet. Und da geht es sich mit meiner Besucher, dass ihr es mit dem, was ihr, was ihr und euer Besucher. Und da geht es sich mit meinem doofen. Oder geht es sich mit dem, was ihr, was ihr, was ihr ja auch nicht seht. Vielen Dank.